Hallo liebe Kinder, das ist Frika, ein nacktes Huhn und wie wir daraus Hühnerfrikassee machen, das zeige ich euch jetzt. Jetzt brauchen wir erstmal großen Topf, da kommt Frika rein und dann füllen wir den mit Wasser, bis Frika bedeckt ist. Dann füllen wir zwei Teelöffel Salz hinzu und eine kräftige Prise Pfeffer. Dann brauchen wir noch zwei große Zwiebeln, die schälen wir, schneiden wir klein und dann kommen die in den Topf. Dann brauchen wir noch vier Tomaten, die schneiden wir auch klein und wo kommen die hin? Richtig in den Topf. Dann lassen wir das Ganze ungefähr 60 bis 70 Minuten kochen in einem normalen Topf. Ich habe hier einen Schnellkochtopf, da geht es ein bisschen schneller. Durch den hohen Druck dauert das ungefähr 35 Minuten und dann ist das Hähnchen auch schon weich gekocht. In der Zeit können wir uns um die restlichen Zutaten kümmern, zum Beispiel vier große Möhren, die schnippeln wir klein. Dann brauchen wir noch Champignons, wir können Frische nehmen oder aus der Dose, die schneiden wir auch klein. Dann brauchen wir noch Spargel, da können wir auch Frische nehmen oder so wie ich aus dem Glas. Und drei Erbsen, die schneiden wir klein und dann haben wir ganz viele. Und dann packen wir die ganzen Zutaten erstmal beiseite, die brauchen wir später. Denn jetzt ist Fricka fertig und woran erkennen wir das? Dass sich das Fleisch ganz leicht von den Knochen löst. Klingt komisch, ist aber so. Dann können wir Fricka auch schon rausholen, die packen wir erstmal beiseite und lassen sie abkühlen. Dann gießen wir die Brühe durch ein Sieb ab, die brauchen wir noch, wofür? Das zeige ich euch gleich. Denn jetzt kümmern wir uns erstmal wieder um Fricka, prüren das ganze Fleisch ab, schneiden das klein. Und die Knochen, die übrig geblieben sind, die schmeißen wir weg. Und dann machen wir eine schöne Mehlspitze, 150 Gramm Butter zum Schmelzen bringen, die gleiche Menge Mehl dazu führen. Kurz anbeunen, da muss man aufpassen, dass es nicht anbrennt. Und dann sofort mit einem Liter Brühe ablöschen, kräftig umrühren, damit es nicht klumpt. Und wenn das Ganze schön klumpfrei gerührt ist, können wir die restliche Brühe hinzufügen. Dann nochmal schön kräftig umrühren, damit es schön sämig ist und mit Zitrone abschmecken. Man kann auch eine Frische nehmen, hatte ich nicht da. Und auch nochmal kräftig mit Salz und Pfeffer nach Belieben abschmecken. Dann kommen erstmal die Möhren rein, weil die noch roh sind, lassen wir die erstmal 10 Minuten köcheln. Rühren währenddessen immer um, damit es nicht anbrennt. Und dann verrühren wir noch 2 Eigelb in 200 ml Sahne, die wir dann dazugeben. Das deckt zusätzlich noch ein bisschen an und macht das Ganze schön cremig. Dann können wir die ganzen Zutaten dazugeben, das Fleisch, den Spargel, die Pilze, die Erbsen. Nochmal alles schön aufwärmen, umrühren und dann ist unser Hühnerfrikassee auch schon fertig. Dann kann er angerichtet werden. Wir essen dazu gern Reis, man kann aber Kartoffeln nehmen. Jo, das mit den Anrichten üben wir nochmal. Schietigor, jetzt wird gegessen. Hauptsache es schmeckt. Wenn es euch gefallen hat, liebe Kinder, macht das Herz hoch, das Plus weg und dann sehen wir uns auch an den nächsten Maus. Bis dann. Tschüss. Tschüss.